Hallo, mein Name ist Oliver Krause, ich bin Geschäftsführer der Gabo. Wenn du Microsoft-Entwickler oder Berater bist, dann bist du jetzt gerade richtig. Wir sind 62 Mitarbeiter an den Standorten in München, Nürnberg und Dresden, aber auch überall im Homeoffice. Warum bekommen wir trotzdem erfolgreiche Projekte hin? Weil wir eine starke Einheit sind, dank unserer Unternehmenskultur. Im Folgenden möchten die Kolleginnen und Kollegen genau das zeigen und dich ansprechen. Mein Name ist Marc, ich bin Bereichsleiter für das Microsoft-Kollaborationsteam bei der Gabo. Wenn du dich in den Technologien Microsoft 365, SharePoint Online, Power-Plattform oder Gabon als Compliance auskennst, bringst du schon die wichtigsten Faktoren mit. Ja, hi, ich bin die H, ich bin Trainerin und Beraterin im Team Microsoft Collaboration, erhalte hier verantwortungsvolle Aufgaben, die mich auch jeden Tag herausfordern und bin in einem Team involviert, in welchem ich jederzeit Fragen stellen kann. Mein Name ist Jürgen Holz, ich bin Change Consultant und Entwickler bei der Gabo. Zuverlässigkeit, Kompetenz und vor allem die Fähigkeit, mit vielen erfolgreich und gut umzugehen. Ich hoffe, du hast einen guten Einblick in die Gabo bekommen, vor allem, was mir ganz, ganz wichtig ist, auch von den Menschen. Wenn auch du Teil dieses Teams sein willst, melde dich einfach, je nach Social Media, entweder den Klick hier oben oder hier unten drücken. Wir nehmen Kontakt mit dir auf. Wenn du dir unsicher bist, klick trotzdem. Mehr als ein Kaffee und ein Tee mit uns kann dir nicht passieren. Wir wollen dich!